So, wir hören geschaut ist der Spielmannszug mit meinem Rettner Glocki-Gemitee Pinien, mit dem Zugführer Karina Hall, 2. Kaffner von der Samurin. Bravo! Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! Na, Na, Na! Na, Na! Na, Na! Als nächstes haben wir die 19-Frau-Gemitee Pinienbrief, die dort größten Teil. Wir haben die 19-Frau-Gemiteinbrief und die 5-Frau-Gemiteinbrief, die hier ist Na! Na, Na! Na, Na! Na, Na! Na, Na! In Bromlinge lässt sich die Fahrtnacht bis zum 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Und mit dabei haben sich ihren Weißmaß des Bromlinger angenehmt. Die Bromlinger Jungs ist ein Dreckiger des Westenländers und mit einem verschmitzten, fassigen, fassigen, fassigen Matchstab. Und sie haben als letztes die Bromlinger Hexing. Hexing, die richtige Bezeichnung, dafür ist eigentlich Grattebibli. Sie sollen früher den weibenden Menschen geschadet haben, indem sie den gesamten Antwerp genommen haben. Auf die Bromlinger, du wartest ein wachläppiges Dali!